Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Servus, grüzi und hallo, würde ich sagen. Ja, wir haben gerade 7 Uhr. Wir sind natürlich wieder fit, auch wenn wir erst um 1 Uhr ins Bett gegangen sind. Aber wir haben einen guten, starken Kaffee hier vor Ort, den ich jetzt hier mit einem Riesengenuss einschenken werde. Ja, und dann werden wir gleich nach einem ausgiebigen, leckeren Frühstück rüberfahren. Ja, so immer wieder sonntags und werden dann da um 8 Uhr unsere Probe haben. Und werden natürlich dann zur Live-Ubertragung ab 10 Uhr richtig Gas geben. Die Mädels sind gerade am Frühstücksbuffet, die brauchen wieder ein bisschen länger, aber das kennt man ja mittlerweile auch. Also man sieht sich, bis denn und Prost! Kommen wir. Ja, hier ist so deine... Ja, hier ist so deine... Die ist so eine... Die ist so eine ... Wir haben auch mal die Steady, die sich hier umdreht. So, Achtung! Dein Schlüssel dreht sich in der Tür, ich lieg noch wach, es ist gleich viel. Du machst im Flur das Licht nicht an, schminkst dich ganz sanft nah an mich ran. Du flisterst mir ganz fest ins Ohr, dass du mich liebst, dich hier nur am Morgen. Ich frag dich gar nicht, wo du warst, weil du mir sowieso nicht die Wahrheit sagst. Ohne Ende, ohne Gnade, das mit uns geht nie vorbei. Auch wenn ich tausend Todes sterbe, es geht weiter mit uns wein. Du hast es tausend Mal in mir. Wenn es bitte hier in Ordnung ist, würde ich das annehmen, weil wir aufnehmen, dass du dann keins hast. Und ich gebe es dir dann oben. Soll ich jetzt nicht zu leben? Bitte schön, steht auch mein Name drauf. Okay, nochmal. Vielen Dank. Danke an euch. Bis gleich. Wir sehen uns gleich. Ja, super, danke. Bis gleich. So, Dankeschön, den Brummen noch. Danke, das ist dann zu Ende. Wir verwalten uns auf Publikums ein. Guck mal, dann lassen wir den weg. Wir haben nachher noch die Aufzeichnungs-Trailer und die Aufzeichnungs-Best. Danke. Wir sind damit irgendwo, dass wir alle um 9 Uhr 15, 9 Uhr 20 an den Geräten sind. Nee, ich wollte, oh yeah. Yeah, guck mal, wuhu. Ich bin schon voll im Film. Also wenn ich heute vor dem Fernseher sitzen würde, würde ich sagen, Hey, die Mädels, wunderbar, wir haben toll getanzt. Oh, du bist im Delirium. Hast du schon geguckt? Jetzt machen wir Musik und wir steigen ein. Ohne Ende und ohne Gnade. Das ist das, sein neuer Titel. Herzlich willkommen jetzt für Sie, Norman Lange. Und ein Schlüssel dreht sich in der Tür. Ich lieg noch wach, es ist gleich vier. Du machst im Flur das Licht nicht an. Schmiegst dich ganz sanft nah an mich ran. Du flüsterst mir ganz weiß ins Ohr, dass du mich liebst. Te quiero amor. Ich frag dich gar nicht, wo du warst, weil du mir sowieso nicht die Wahrheit sagst. Ohne Ende, ohne Gnade, das mit uns geht nie vorbei. Auch wenn ich tausend Tode sterbe, es geht weiter mit uns rein. Du hast es tausendmal beendet, du kommst jedes Mal zurück. Die Versöhnung ist für mich das pure Glück. Ich hab mich so daran gewöhnt. Erst ist es aus, dann wird es schön. Im Tal der Tränen wohnt der Frust. Erst kommt das Leid, dann kommt die Lust. Ich werd verrückt, wenn ich dich seh. Ich kann dir niemals widersteh'n. Du bist mein Freifahrtschein zum Glück. Du stößt mich weg und holst mich gleich wieder zurück. Ohne Ende, ohne Gnade, das mit uns geht nie vorbei. Auch wenn ich tausend Tode sterbe, es geht weiter mit uns rein. Du hast es tausendmal beendet, du kommst jedes Mal zurück. Die Versöhnung ist für mich das pure Glück. Jedes Mal, wenn wir uns trennen, spürt mein Herz den blanken Strahl. Und dann fliehst du um Vergebung, ich will zurück. Du bist noch mal ohne Ende, ohne Gnade. Es geht weiter mit uns rein. Du hast es tausendmal beendet, du kommst jedes Mal zurück. Die Versöhnung ist für mich das pure Glück. Die Versöhnung ist für mich das pure Glück. Die Versöhnung ist für mich das pure Glück. Das pure Glück. Meine Damen und Herren, weiterhin viel Erfolg. Norman Langen, vielen herzlichen Dank. Wir werden uns auf Ericsson. Denn es ist durch die Versöhnung. Ich werde es nicht mehr или еще nicht mehr auf Feuer. Aber wir werden uns nicht mehr. Die Versöhnung ist für mich das pure Glück. Die Versöhnung ist für mich das für die Versöhnung der Böcke. Auch wenn wir nicht mehr in der Böcke. Dann. Dann. Dann.